Hallöchen, ihr Barnausen da draus und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde TTT mit dem Virus, mit dem Anno, mit dem Grisha-Bock, mit dem JP-Alien, oder heißt du überhaupt so? Ich glaube ja, ne? Ja, für den Taste auf jeden Fall. Der Turbos und der Cerbos ist dabei, hallo! Hallo! Unschuldig, 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 Barnausen ist bei mir. Keiner weiß wieso. Und wo sie da sein sollten. Ach, da bist du. Barnausen, Barnausen ist hier, Barnausen ist hier, Barnausen ist gar nicht mehr da. Stehen bleibt Turbos, ich bin der Detektor. Da hinten ist Grisha-Bock. Ist es hier? Anno, 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 Anno? Los. Das Schlimme ist, wir sind jetzt so viele, dass die Karten eigentlich zu klein wären, glaube ich. Das den tötet. Eigentlich nicht. Ne, durch? Ja, aber wenn alle da wären, also... Ja, dann wären es nur 10, momentan. Hallo, Anno. Hallo, Zeus! Oh mein Gott, ich bin... Wie gefällt's dir auch so? Äh, Turbos? Wer ist denn das? Warum ist Cerberus schon angehettet? Ja, weil ich runtergefallen bin. Turbos! Wie ist das? Ach, JP. JP, Entschuldigung. Wie ist das denn? Das ist, das war Turbos. Also, das war Turbos. Der hat auf dich geschossen? Nein. Nein. Ah, da ist der Richard. Also, ich muss das... Ich kann das erklären. Ich kann das erklären. Okay, die erklären, bin ich gespannt. Ich hab mir einen Taser gekauft. Ich hab grad einen Zug durchgefahren. Und... Normalerweise erwartet man, dass ein Acer halt tasert und nicht tötet. Aber Turbos tut mal wieder schwach und ist einfach umgefallen. Oh mein Gott. Oh, dieser Simulant. Hallo, Virus, Virus, Virus. Ja, ja. Ah, 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 ah. Ich glaub, äh... Ich glaub, äh... J, J, JP. Oh, hallo. Sehr bewusst. Alter, zwei Sekunden ist von den einen los, dann rennt man wieder in den anderen rein. Das ist schon so. Virus, geh weg von mir. Ja, ja. J... Ja, wie heißt du eigentlich? JP Alien? Warte mal, warte mal. JP. Ich würde sagen JP, oder? Doch, JP Alien. Doch, würde stimmen. Es würde stimmen, aber... J.P ist nicht. Okay, JP. Wer... Wer ist da rum? Ich kann die da... Warte mal, TS. Ah, 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 Ahno, Ahno, Ahno. Der hat mir aber nicht mit dir. Warum möchte denn der Ahno hier rum? Ah, Ahno? Ich weiß nicht, du bist runter. Cerberus ist runtergefallen. Ich war nicht dran schuld. Aha, aha. Virus, Cerberus. Ähm, ich hör einen Helikopter. Das ist eine Traitorfalle. Garantiert. Apache. Apache, ein Traitor. Zerb wurde angehittet. Pass auf. Zerb könnte ein Traitor sein. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich bin runtergefallen. Also, die schaue ich jetzt. Oh, oh. Ist wer im Haus? Ja, weißt du, was schade ist? Man kann das Radio nicht mitnehmen. Mit dem Magnetostick. Zerb könnte ein Traitor sein. Man muss das weiterhauen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oder 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 oder. Dann bist du hier. Verdammt. Warte mal, wo bist du jetzt? Zweimal daneben. Verdammt. Mein Gott, zweimal daneben gehauen. Nachher die Waffe nicht gefunden, nein. Ich habe den ganzen Spiel bis jetzt vorhin gar nie gesehen. Ich habe nur gehört den Banauser, aber ich habe dich gar selber gar nicht gesehen. Eigentlich sollte er auch nicht töten. Er sollte normalerweise tasern, oder? Ja. Ja. Also sollte er tasern, ja. Alles klar. Ein bisschen in den Kruber. Alles klar. Wenigstens war es kein Traitor. Unschuldig. Anno ist bei mir, Anno ist bei mir. Hallo, hallo, hallo. Fischer, Virus, alle hier. Alle da, ja. Der Problem ist drei Leute. Da könnte die Chance ziemlich groß sein, dass er einmal von Traitor ist. Wie viel? Es sind immer noch zwei Traitor maximal. Ja, ja. Ich glaube ja. Anno mehr als uns. Kann man irgendwie auf den Zug drauf? Ich glaube, man kann unter durchkriechen oder irgendwie sowas, ja. Möchtest du auf den Zug? Möchtest du Zug fahren? Wenn du Traitor bist, kannst du Grapplinghook oder eine Spider-Man-Krank kaufen. Ja, und wie kann ich das als Innocent? Den Detective liebtragen. Detective, kannst du mir einen Grapplinghook droppen? Äh, sterbe. Der JP hatte gerade gar nicht drauf oder so geworfen. Werde sterbe? Ne, warte mal. Ja, JP. JP schießt. Was ist das? Was? Also, ich kann das erklären. Ähm. Dann hör auf zu schiessen und erklär. Dann nicht. Hab ich erschossen. Jemand hat die Banose getötet. Ich habe gerade JP erledigt. Wie ist das? Ich habe gerade den Körper von Banose. Okay. Wer war das? Jemand ist vor mir, jemand war vor mir durchgelaufen mit beim Banose. Also, ich habe den Namen nicht gesehen. Ich bin ein Traitor-Killer. Also... Ich bin ein Traitor-Killer. Ich wollte schon sagen, ich bin ein Traitor. Ich bin ein Traitor-Killer. Anu traue ich. Wer sagt das? Warte mal. Wer ist der Traitor? Na, Krischer? Hi. Hast du Angst? Ja. Ich auch. Ich bin ein Traitor-Killer. Aber... Oh, was ist denn da oben? Oh, der Detektiv. Werde mich aber schützt im Notfall. Gericht. Ich hab links was schreiben, gell? Was ist denn links auf der Karte? Ich hab auch gerade überlegt. Ich hab auch gedacht, man ist links. Ich hab auch gedacht, man ist links. Ich bin auch wagemutig. Ich renne den Leuten hinterher mit einer Sniper in der Hand. Das klingt super auf der Karte. Virus bei mir? Ja. Ich bin ein Zombie, glaub ich. Der läuft aber nur vor uns, aber... Ja, weil ich... so. Weil die Pistole kann ich nicht wegwerfen. Weil ich eine Gnade aufnehmen will. Das ist das Problem. Und wo bist du jetzt hin? Aha, okay. Das ist ja Virus, okay. Du bist ein Tod, oder? Ja, das ist wahrscheinlich Banause. Vermute ich mal, wo du vorhin mich gesehen hast. Wer war denn? Der war der Kunde beim Banausen. Moment, hier ist ein Zweiter. Ja, es lief jemand. Ich hab den Namen leider nicht lesen können. Wen hast du den? Ja. Hier liegt ein Toter. Wieso hast du die noch nicht identifiziert? Ich hab ja gesagt, er liegt ein Toter. Hä? Was? Was? Was ist hier? Hat jemand das gehört? Virus ist hier. Ja. Es schreit irgendwas. Das ist im Tunnel, dieses Monster, was da noch ist. Monster? Im Tunnel ist so ein Zombie-Wesen. Okay. Tunnel? Ja, wie im Zug-Tunnel. Ich werde angeschossen. Was? Wieso bist du da gestanden? Warum schießt du auf mich? Weil du da rumgestanden bist. Dumpf. 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 Ja. Ich wollte das direkt am Anfang gesehen. Ich hab nicht... Auf wem war liegt seine Leine. Was war denn das für eine Waffe? Ihr habt gar nicht auf mich gehört. Äh, das war die Reaper Gun. Was hast du denn gesagt? Ich sag noch, Virus steht direkt vor mir und dann war ich... Der hat auf mich geschossen. Weiß ich. Ich hoffe nicht, dass das ein Zweiter geschossen. Das ist das Gemeinde. Man denkt dann nur, okay, ja gut. Dann steht da halt direkt vor dir. Keine Ahnung, was du da reinkopiert hast. Aber es kam mit bester Musik vor. Ich weiß nicht, ob das hier noch drin ist. Ich hatte die, glaub ich, mal irgendwann aus, was sie angeklickt haben. Weil die sich cool angehört hat. Hallo? Hallo? Ich hab dich schon freundlich angebogen. Was hat denn hier angebogen? Okay. So war das nicht gemein. Kommt auf die Region an, ne? Ich bin Detektiv. Ja, sicher. Hallo, Virus, Virus, Virus. Ja, wird es, wird es. Zwei mal in der... Virus schießt auf mich. Ohohohoh, nein, unmöglich. Das war missionsgeschickt à. Wieso hat's nicht, erwische mich nicht. Ja, und da vorne liegt der tote Arno, ach, hab ich vergessen, identifizieren. Warte, ich hole mal kurz. Kadel, jetzt eine Runde. Da ist er explodiert. Ja, ich hab auf das Fass geschossen, nur der Arno war zu nah. Ach so. Ich vertraue euch beiden nicht, könnte ich bitte gehen. Eigentlich müssten wir ja das Virus töten. Äh, Grisha zielt auf mich. Grisha zielt auf mich. Grisha will mich töten. Grisha, Grisha. Ja, Tobus, 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 Tobus. Ne, doch, Tobus. What? Ich hab das gar nicht gerafft, der erste. Der Türke wird nicht beleben. Arno lebt wieder? Sorry, Arno. Du bist mein Freund, komm mit. Arno, mein Fuß. Du bist mein Freund. Du bist der einzige... Du bist der einzige... Nicht reden. Zerbrus, Zerbrus hat mich auf mich geschossen. Er sitzt auf dem Tunneldach. Tunneldach. Alles klar. Also Zug Tunneldach. Ja, er ist es. Er schießt auf mich. Okay, Zerbrus ist auf ihn. Jetzt fragen wir, wer trifft schon erst? Ich oder er? Ja. Mein Gott. Oh, es sind alle... Achtung, hier. Detektiv. Alles da noch. Das sind... Turbo geht hinter der Silo. Ich geh auch aufs Silo sogar. Weil es hier nämlich einen Sniper hat. Geh weg. Weil ich Angst habe vor euch. Der schießt mich noch. Sehr schön. Also bin ich schon mal Tuven? Arno ja sowieso. Äh, wer ist ich? Achso, ist jetzt Arno da oben? Achso. Und Arno sind auch immer Tuven innocent jetzt. Okay, genau. Gut, wer weiß, vielleicht wird Arno ja als Traitor wieder überleben. Man weiß es ja nicht. Ich bin Detective, ich habe ihn wiederbelebt. Er war innocent. Aber wird... Wird man alt, was? Innocent, wenn er wiederbelebt wird? Nee, oder? Naja, du bist automatisch innocent. Wenn du innocent warst auf jeden Fall. Außer es ist Volt Shuffle oder so. Ähm... Da ist er bei Nause. Ja, ich hab selber raus entschossen also. Achso, du hast ihn entschossen, okay. Ich hab mich sneaky auf den... Ja, du ziehst auf mich. Irgendwann hat gerade eine Waffe geschossen, wo er gestiegen hat. Der schießt. Das Grisha-Boch schießt sicher. Ich hab nur erst geschossen. Grisha-Boch wurde getötet. Ja, das war es nicht wahrscheinlich. Das kann ja nur noch Turbus sein. Ah, shit. Ähm... Virus ist es dann. Ja, dann kleiner. Der Grisha-Boch hat mich geschossen. Turbus, Turbus schießt auf mich, ja. 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 Kein Wunder. Weil ich... Ich hab schließlich zugesehen, wie du Grisha-Boch abgeschossen hast. Ja, nur wen töten wir. Ich glaub wir warten ab. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Eben. Wir haben Zeit. Im Tunnel ist ja was. Wo ist er? Das ist Arno. Es geht davon aus, ich werde das gleich erschossen. Da bist du auf jeden Fall wieder Trader. Ja. Tja. Warte, da ist wirklich der Oben. Disco. Virus? Virus ist tot. Oh, der war schön. Der letzte war raus. Warte, den kann ich. Ist aber so. Oh, ja, ja, ja. Ach, schade. Das ist auch schön, ich sehe mich, aber ich sehe mich, das finde ich auch mal geil. Ja, das war extrem gut gespielt. Aber dass aus nächster Nähe die Sniper gerade Schaden macht, das ist voll doof. Ich hatte die Banose hochkramen da. Hast du einfach zurückbekommen, Chase. Ja gut, kommt der Fan, wo du hintriffst. Aber die Taube ist cool. Ja, wie du mir soll ich dir, ne? Ja, Rache ist süß. Oder Blutwurst, eins von beiden. Oder beides. Eher süß. Die stellen mich so auf Blutwurst. Süße Blutwurst, mhm. Nur. Ich hab doch Fantasie, nee. Ich bin schon wieder Innocent. Ich auch, wie immer. Ja. Ebenso. Hast du nicht Tofu, du bist da. Wer ist das von? Tobus. Tobus, 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 Tobus. Tobus, Tobus. Schlechte Waffe, die du hast. Du weißt, ich hab noch nichts besseres. Banause? Oh, wer ist denn das? Wie stehst du das so rum? Ah no, ah no. Wie stehst du denn hier rum? Schnauft doch hier. Oh, hier was? Beros? Hier wird schon wieder geschossen. Wer ist denn hier hinter mir? Wo ist hier hinten? Ah, wer ist hier? Wer ist hier? Der Tobus rennt dem Banause hinterher. Die zwei Teile zusammen, ne? Genau. Genau. Ah, ist auch kein Löffel. Ähm. Ah. Tobus, Tobus, Tobus. Ja, ich denke, es ist immer nur Bus. JP. Anno? Ne, warte, Anno, was du nicht für ein Detektiv? Anno, könnte das besser sein? Ja, ich mag nicht. Der Detektiv ist da unten, JP. Boah, ich weiß. Ja, ja. Ich bleibe mit JP. Ich bin so gewohnt, dass du ein Detektiv bist, Anno. Ach so. Klar, immer. Nein. Das ist mein Haus. Der Detektiv. Irgendjemand hat einen Detektiv. Ah, du weißt nicht. Okay. Okay, jemand hat auf das Fass geschossen. Irgendjemand. Virus ist es auch nicht. Irgendjemand hat einen Detektiv. Ich... Ne, jemand hat die... Ja, das auch. Aber das... Was das letzte Mal war... Krisha, Banauze oder Cerberus. Einer von euch dreien. Ja. Schon wieder, schon wieder. Was war da? Das war die Kamera hier hinten. Das kam... Das Kamerahil von JP, hä? Ja. Dahinter ist noch ein Banauze. Der Banauze ist dann wahrscheinlich... Ja, ich bin dahinter. Ich weiß aber nicht, wie ich rauskomme. Also wie gesagt, Banauze, Krisha oder Cerberus. Einer von euch dreien hat einen Detektiv. Ich bin hier ganz oben. Also einer hat auf die Fässer geschossen. Wer ist denn das hier oben? Krisha. Ja, ich. Ich habe auch noch keinen Schuss. Setz mal auf die Hand. Ui, Detektiv, hallo. Darf ich abschießen? Wenn du mich abschießt, töd ich dich. Ach, ich abschieße doch vor dem Abschießen. Ja, genauso. Du weißt nicht, wie du da hinten rauskommst. Ab, 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 ab. Ab. Das ist meine Leiche. Ab, 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 ab. Ab, ab, ab. Ab, ab, ab. Ab, ab, ab. Ab, 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 ab. Ich glaube, die Reich ist ja... Die schreit immer. Ich werde verfolgt von Armo und Arno. Die Reiche sind die schreit? Had, wir sind beide. Achtung, Fass! Boah! Kannst du... Aber weißt du... Er sagt Achtung, Tobe! Er sagt Achtung, Fass in der Sekunde geht's schon hoch! Hier oben, bei mir sind übrigens Krisha, wo auch so nebenbei. Krisha, wie kommt man da hoch? Ich bin, ich bin... Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Auf die Ausrichts-Plattform. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Die Leiche cuttiert jeder hochheben, glaube ich. Das ist ja keine echte Leiche, das ist nur eine Step-Leiche. Bei den Zügen kannst du unter durchkrabbeln, glaube ich. Ja genau, du kannst nicht mehr unter welchen. Ja, ok, aber ich stecke fest. Ich glaube trotzdem, dass der bei uns ist, ich habe so das Gefühl. Ja, der war... Ja, der war... Ahno, 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 ahno. Na eben. Darf ich den Dringer Test machen bei uns? Mach so. Also einfach einmal schlagen, ne? Ja, mach. So ne meins. Ich kann auslassen, der Dringer. Oder hätte ich ihn wieder ausgemacht. Wie funktioniert der denn überhaupt? Du kannst ihn an und ausmachen, dann wenn du damage bekommst, bist du halt unsichtbar. So. Ah, hier kommt man hoch. Ah, jetzt ruhig. Sollte hier nicht eine Leiter sein, die hoch geht? Ne, du musst unter der... also... In den Tunnel rein. In den Tunnel? Ja, da kannst du unter dem Zug durchsneaken. So. Warte ich dir wohl nach. Ok, und im Tunnel, da ist aber gar nichts. Ich bin in einem Tunnel. Ähm, das ist wahrscheinlich in falschen Tunnel. Ja, anderer Tunnel. Anderer Tunnel. Und dann komm ich hoch? Hier kannst du unten durchsneaken und dann bist du wieder auf der anderen Seite und dann auf der anderen Seite und dann komm ich da aufs Dach. Ah. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Turbo nicht töltet. Ich glaub, wir hatten eben, wie bei einem Vogel 4 oder so festgelegt, dass Turbo sogar als Freiwild immer abgeschossen werden darf. Ja. Ok, Thor, aber ich bin jetzt hier. Und was jetzt? Witter Traitor. Jetzt kannst du hier drüber. Und dann hier raus. Und dann hier aufs Dach. Ja, aber wie komm ich da aufs Dach? Dann musst du einmal außen rum. Ah. Na, hier kann ich auf den Zug hüpfen? Jo. Und ins Feuer rein und dann verbrennen. Ich wurde vorhin angelogen. Ich dachte, man kann nicht auf den Zug. Thomas, dann schau. Ja, ich hab gesehen, dass er ins Feuer gehabt ist. Einmal runtergefahren, einmal ins Feuer. Und wer kommt? Der will hier hoch. Hallo. Hallo, Anno. Hallo, Grisha. Virus, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ich lebe noch. Wenn ich gleich tot bin, dann weiß ich auf jeden Fall entweder Grisha oder Servus. Ah, ich weiß es nicht. Ja, der Traitor kommt ganz in Zeitnot. Also irgendwie nicht. Wie komm ich auf den Hügel hoch? Schön aufgehängt. Ja, wie komm ich zu euch auf das Dach da? Hinten sieht auch gut aus, der Ding. Äh, hier an der Seite ist eine Leiter an diesem... Ja, aber dann müsste ich ja zuerst hier hoch. Ja, auf die Aussichtsplattform. Auf diese Plattform da, bei dem schrägen Tannenbaum-Dinger. Ah. Okay. Was macht der Turbus da hinten? Ich sag ja, Turbus ist freiwillig. Schieß den... Oh ja, Turbus. Der kam auf mich. Wow. War das ein UB? Turbus auf Virus, oder? Ja, Turbus hab ich vorhin gesehen. Ja, aber Turbus... Ich hoffe... Turbus ist tot. Ich hoffe mal, er war Traitor. Ne, Turbus hätte mich vorhin töten können. Ich denke nicht, dass er es war. Oh oh. Ich hab nen BÜP gehört. Ich bin hier immer noch alleine mit Kriecher. Was ist ein BÜP? So wie ein Deadw... Dieses Deadwinger Piepsen da. Ah. Scheiße, ich hab jetzt die selbe Situation. Wo war das zum Durchkriechen? Scheiße. Da war Turbus... Turbus war... Turbus war kein Traitor. Verdammt nochmal. Wer hat gerade gesagt, der hat Turbus gesehen? Ich hab das gesagt. Hier wird geschossen. Ja, das war ich. Ja. Turbus ist da hinten gewesen, da wo der Regenbogen runterkam. Ja eben. Aber... Ich hab... Ich hab äh... Minus-Karma. In dem Fall war er keiner. Ich hab nicht vergessen, dass ich das kann. Was ist ein Minus-Karma? Ja, Karma-Abzug. Weil ich einen... Innocent getötet hab. Ah ne, es war da wegen Arno vorhin. Das war fast so wie die böse Leute. Erstmal Werbung machen hier. Mir gefällt das hier aber besser. Ähm... Oh Mann, der ist so... Banauze hast dich jetzt gerade getötet. Banauze ist tot. Du bist tot und redest? Der Banauze, der ist... ...ins Feuer gelaufen ist gerade. Ja, wir tanzen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dann müssen wir das zensieren. Banauze ist weg. Ja, Banauze muss gestorben sein. Ne, ich hab das zensiert. Sonst erkennt man dich ja noch. Ja. Äh... Ah! Anno? Anno? Die sind beide angehittert. Die sind beide. Das sind beide Traitor. Also wenn... Das sind beide Traitor. Das sind beide... Wenn ihr hochkommt. Ich drück euch ne Kugel. Wenn wir beide Innocent... Ich bin weg. Also wenn ihr meint, dass ich Traitor bin, dann bin ich weg hier. Ich bin... Das sind beide Traitor da. Das sind sicher Traitor. Ich will auch diese Runde überleben, ey. Hehehehe. Einfach bei der Tanzen... Keine Ahnung was... Anno schießt. Anno schießt. Anno schießt. Anno... Anno ist es. Shut up. Ich hab keine Waffe. Oh, okay. Oh, ja. Äh, Turbos. Warst du Traitor oder nicht? Nein. Nein. Ach du Kacke. Ich hab... Ich hab... Ja, du... Du bist... Ich hab schon gedacht, du bist in dieses komische... Du bist in dieses komische Häuschen rein. Hast die Tür zugemacht. Da bist du rausgekommen. Da bist du rausgekommen. Das Problem ist, ich hab einen Tannenbaum vor mir gehabt. Ich hab nur eine riesen Fontäne gesehen. Und dich wegrennen. Hehehehe. Gar gar nicht. Ich hab gar nicht gesehen, dass ich dir geschlossen habe. Ah, scheiße. Ja, ja, war wieder... Ja, ich seh schon. Kamer, technisch. Scheiße. Aber es ist schwer. Es ist schwer, wenn viele Leute aufeinander gehen. Ja, ja, ja. Da ist auch nicht um mich... Ich ging die ganze Zeit hier vorne bei diesen Zügen rum. Vier, fünf Leute. Ja, ja. Es war sechs Mal. Ich kam absolut nicht dazu, irgendwas zu machen eigentlich. Pass! Besser? Da geht er schon wieder los, ey. Ich hab einen Pass gehört. Jeder hat einen Pass geschossen. Eber Trater. Oh Gott. Oh, Anno, Anno, Anno. Achtung, Anno. Fass, fass, fass. Besser? Hast du selber wieder aufgeschossen, oder? Ja. Okay. Ähm, hast du grad auf mich geschossen? Nee. Äh. Aber irgendwas hat hier auf Holz geschossen. Auf mich kommt JP zu. Äh, äh, Trap? Ich hab den ersten Schuss abgefeuert gerade. JP, darf das? Branause ist, äh, Detective. Alles gut, Anno. Äh, Trap, geh weg vom Fazit, jetzt schieß es. Achtung. Wieso bist du schon wieder heard it? Nee, bist nicht heard it. Nee, bin ich. Bist nur grob. Bios, Anno. Ja. Wer kommt da? Turbos. Oh, Turbos. Turbos ist es. Ja, ich bin es. Ich bin es immer. JP, warum rützelt immer her? Na? Ja. Wir sind da gezwungen. Wir sind da gezwungen. Wir sind da gezwungen. Wir sind da gezwungen. Wir sind da nicht schön. Nein, wir sind da gezwungen. Hallo, Anno. Schüsse. Ich bin bei Anno und Serb. Ja, ich weiß JP. Wir sind da. Ah, Detective. Hallo, Anno. Hallo, Anno. Wir retten Pirus die ganze Zeit. Was ist da los? So, wieder raus. Du warst ein Trader-Shop da drin. Anno. Ne, war kackt. Ich hätte Anno gerade so leicht wegwassen können. Servus, Servus, Servus. Ist das immer einmal vorher so? Warum steht bei dir? Was steht bei dir runter, wenn man dich anvisiert? Cool. Das ist, wenn man zu viele gleich abgeschossen hat. Oder abgeschossen hat. Aha. Guck an. Ja, ich hab... Ja, ich hab mich alle... Anno, 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 Anno. Virus, Virus, Virus. Ich bin bei Virus und bei JP. Wenn ich tot bin, muss ich die zwei. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Anno oder Virus ihr Traitor sind. Ich hab das eben gerade erst. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Ja, 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 ja. Servus. JP, was hast du da in der Hand? JP, JP, JP ist es. Hat der Taube geschossen. Wo ist der? Auf einem... so komischen Kessel da. Was? Auf dem Kessel. Na ja. So ne... So ein Silo. Auf dem Silo oben steht da. Auf dem Silo in der Nähe des Wasserturms. Ne, 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 JP hat die Taube geschossen. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Wenn die andere nicht Traitor ist, dann... Ja. Virus ist tot. Virus? Confirming. Also es ist JP. Ist oben auf dem Silo. Okay. Er ist tot. Und ich werde nochmal beschossen. Und ich leb wieder. Oh. JP ist es. Äh? Äh? JP ist tot auf dem Silo. Hä? Second chance. Ich hab JP gerade rumlaufen sehen. Kann ja auch Second chance sein. Dann lebt JP wieder. JP ist Traitor. Wohin? Wo standest du vorher? Äh, statt unten bei JP, wo JP erschossen wurde da. Näher. Bei den Silos bin ich ja auch. Bei den Silos? Ja, wer ist denn da unten jetzt? Bei den Silos? Na, ich bin da. Ich seh niemanden. Da war jemand. Hier ist einer. Da ist JP. Dann töte den. Der wie Teleportiert? Äh, schießt doch nicht. Was ist mit Anno? Was ist mit Anno? Lebt ihr noch? Ah. Okay. Banause? Okay. Du Oboros. Ach was. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ja, wo lebst du noch? Na. Ich glaub Virus war's nicht. Nur eine Vermutung. Der war irgendwo bei den Zügen. Da ist er unter den Zügen oder in Richtung Haus gelaufen. Oh. Fässer. Na nicht hinter den Zügen. Oder im Tunnel oder so. Ja. Richtung Haus. Gut. Kannst du? Ah. Nice. Ah. Ich hab so viele getötet. Durch die zweite Chance. Aber ich schreiss noch. Ohne mit. Die zweite Chance ist mega stark. Das stimmt ja. 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 Ich hab mir sie direkt nochmal gekauft. Wenn sie funktioniert. Ja. Das sind die besten Trader. Ja. Ja. Ich hab sie gestorben. Also so gut ist das auch nicht. Ja. Aber bei das. Ich hab übrigens auf dich geschossen. Dann. Ich getötet. Und das war. Ja. Ich glaub ich muss da den On drauf machen. Dass man sie haben. Von wem er getötet wurde. Nee. Besser nicht. Was? Weil das ist ja auch das Video bei denen extrem stark finde ich. Ja. Ja ne. Dann dürfen sie ja nicht reden. Ja. Aber sie können trotzdem killen. Weil es will ja wer. Aha ja. Ja. Das geht schon wieder. Moin Zerb. Ich bin bei Zerb und Anno. Klischer. Ah. Ich bin der Taxi. Pass. Ich darf. Braves Hündchen. Braves Hündchen. Hä? Wir werden ja Waffenhaut sammeln. Was ist das denn jetzt? Ja. War so eine Leiter. Dann hast du wahrscheinlich schon eine. Ich hab fast kaputt gemacht. Ich hab was gemacht. Ich hab fast kaputt gemacht. Ich hab fast kaputt gemacht. Ich hab was. Fast Joge. Ja. Ich hab's schon wieder. Ich hab's schon wieder. Ich hab's schon wieder. Du hast schon wieder Schaden raus. Ne. Ne. Sein zu uns. Ich will schon sagen. Das ist wie ein Doppelgänger. Hast du einen Schaden? Hallo. Da kommt der Zerb raus. Hallo. Da kommt der Zerb raus. Hallo. Wer schießt auf dich? Zerb. 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 Wer schießt auf dich? Der hat auf mich gesnipert. Oder irgendwo hin gesnipert einfach. Ja. Hat er dich getroffen? Ne. Das nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Oh. Hier ist wieder ein JP. Bei mir. Ey. Was schießt du auf mich? Ja. Darum schieß ich genau neben dich. Aber dann schießt du überhaupt? Ich hab's schon wieder. JP? Ja. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Arno. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Aha. Ach. Die ist so nicht drauf. Ich hab eben noch am Anfang der Runde gesagt. Tobus ist das garantiert. Ja. Ja. Und wo ist es? Tobus? Na ja. Tobus sehe ich gerade. Da hinten in die Richtung. Wo ist die? Ja. JP sehe ich auch. Warte. Wer hat vorhin gesagt JP hat irgendwie die Schaden? Ich hab vorhin auf Zerb gehört. Also nicht auf Zerb. Sondern hier. Erklär das nicht. Das stimmt nicht. Ja. Ich hab genau. Da haben die Räder jetzt auch noch. War ich auf. Ich hab eine Leiche. Wo? Äh. Hier ist der Detective. Zerbrus? Griescher ist tot. Zerbrus. Leute. Griescher ist tot. Okay. Ja. Direkt bei den Silos. Zerbrus ist da der Sniper. Was war alles im Waffenmodell? Äh. Zerbrus ist oben. Hast du eine Sniper-Surf? Nein. Hab ich nicht. Ja du per Sniper erschossen. Ja. Ist. Ja. Okay. Anur war vorher noch da. Wer war noch da? Es wäre eine Möglichkeit, dass Zerbr Griescher getötet hat. Ich geh mal ein bisschen weg von dem. Ich vertraue dir nicht. Gah. Was soll das denn? Oh mein Gott. Ah no. Ja. Was war das? Was war das eben? Bei mir hier ist gar nichts außer ein Zombie-Geräusch unter meinen Füßen. Aber ansonsten. Ja kein Wunder. Weil du also alles ausschaltest was um dich rum ist. Ja der Zerbr war zweimal bei mir und der lebt auch noch. Ja ja. Tracker-Kollegen werden nicht abschießen. Okay. Virus ist es. Ja ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Anno ist. Weil er zieht gerade auf mich. Meine Sniper. Wo ziehe ich denn auf dich? Ich sehe dich nicht mal. Warte mal. Wie viel Leben noch? Banause? Banause? Okay. JP. Ich glaube du hast ihn schon. Ja du. Okay. Virus? Virus? Du willst du? Oh klar. Obwohl den habe ich gerade beschuldigt. Der wird wahrscheinlich nicht so tun als ob er tot ist. Er kann mal jemanden Turbos erschießen. Allein wegen dieser Lachen. Er kann nur schuldig sein. Äh. Anno ist auf dem Dach. Hallo. JP. JP. Hey. JP. Ja. Könntest du aufhören so um mich rum zu kreisen? Ne. Ich trau dir nicht. Ja ich dir auch nicht. Ja toll. Dann kommen wir echt viel weiter hier. Ja. Okay. Kommst du auch einfach auf mein Dach? Ich war doch zuerst hier oben. Vielleicht. Ja das stimmt. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht sagt er. Okay ich gehe. Okay. Danke. Deswegen bleibe ich halt hier. Ja. Ich vertraue Anno nicht. Er wollte mir hinterher. Worte ich nicht. Aua. Ich wurde angeschossen. Äh ich war es nicht. Du hast mich gesehen. Okay. Also auch aus weiterer Entfernung. Alles klar. Anno. Anno. Ich komme zu dir. Ich vertraue dir. Du wirst angeschaut. Auf welche Richtung? Ähm. Naja. Wenn hier das Blut ist. Ähm. Du meinst. Ja ich hab das drin. Der schießt auf uns. Wer? Du ich. Aber da kommt noch einer. Tobos. Tobos. Oh. Kann hier mal so einen Grund aufbauen. Der beim Start. Tobos. Einmal nur halt. Yes. Wow JP. Wie schlecht hast du jetzt getroffen ey. Ja. Ich war richtig schlecht. Aber. Das Beste ist. Er hat einfach nichts getan. Ich schieße ihn. Ich schieße dreimal in seine Richtung. Aber er macht nichts. Wir haben sich alle getötet oder? Doch. Ich glaube ich hab ihn jetzt schon. Weißt du. Ich hab Turbos sogar mal. Ich hatte Turbos sogar ein Visier noch gehabt. Auch noch. Wer war jetzt Traitor? Turbos und JP. So. Second Chance. Wow. Die Folge ist vorbei. Deswegen würde ich sagen. Wenn es dir gefallen hat. Lass ein Like da. Lass ein Abo. Oder lass ein Kommentar da. Guck bei den Leuten rum. Links alle in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.